hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von it takes two mir ist gerade etwas schlecht geworden als ich beim ep auf die seite geguckt habe mir wird aber auch ein bisschen schlecht bei den gedanken dass wir jetzt ins wasser springen müssen ich mal wir gefrieren durch kümmern ich bin jetzt das wolltest du in der letzten folge nicht machen abtauchen nach oben schwimmen flitzen du musst aber du kannst auch hoch und runter ziehen ich kann es nicht bedienen so ein bisschen kompliziert ich muss dahin schwimmen noch mal noch nie du hast es gar nicht gemacht scheiße doch hab ich aber es ging wieder weg ja du musst auch festhalten ich bin drin die ganze zeit okay okay yeah of course oh great okay okay i tell them they're delighted you came all this way to repair their candy factory uh say what again you see those generators over there repair them and the sweet candy will flow again uh i see okay so uh don't tell me we're just gonna bring the sweetness back into our relationship of course without sweetness our relationship will die yeah right just throw us some sweets and we'll cancel the divorce sweetness comes in many forms man when was the last time you thank Cody for taking care of everything in your home um well uh and we have you shown me some appreciation for working overtime to support the family huh 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 uh well there was that time when you know you know exactly now turn on the candy production and make the sweetness flow again schatzi wenn die folge zu ende ist komme ich rüber und dann zeige ich dir was süßes an unserer beziehung wo soll man jetzt genau hin ich hab jetzt gar nicht so richtig zugehört ich war abgelenkt von dem süßen in der beziehung hier unten ist was ach da oh das ist ein laternen fisch oder heißt der lampenfisch irgendwie so auf jeden fall sind die viecher nicht gut das weiß ich aber ich denke mal nicht dass die hier zu gemeint sind ja hier ist eine bärenfalle wo bist du ja ich bin da dran müssen wir die woanders hinbewegen ach da zu der schraube ich schraube ja das sind zwei schrauben man jetzt auch ich glaube der ist doch böse komm schnell wohin ich habe das ding gar nicht mehr wenn man das nicht eher abstoßen naja egal ich schon mal mit sicher dass es daran muss war jetzt nur so eine frage von mir oder ist es schon wieder der mag uns nicht hallo ich komme nicht mehr da ran sicher dass das musste gerade mal entkommen tut mir leid nach oben ja irgendwo muss es drauf aber ich hätte jetzt gedacht dass es hier drauf gehört ja aber wie gesagt das war jetzt nur ne eigentlich ist die schraube nur zum reindrehen aber die kann man auch nicht da müssen wir einen schlüssel für haben aber wo soll das sonst hin dahinten boah nein boah hat das vielleicht irgendwas damit zu tun dass der uns dabei helfen muss vielleicht müssen wir das obendrauf aber das ist zu groß oder müssen wir das obendrauf setzen und der muss da rein beißen oder so und dreht das dann automatisch nein kannst du nein sagen wenn du nicht weißt wovon ich spreche ja das weiß ich oft nicht ja das ist mir schon klar aber irgendwie ach so ne muss das dann drüber einfach nur ja das habe ich ja jetzt ein paar mal gefragt ja komm mal mit heb das doch mal mit an das habe ich ja eben versucht aber dann bist du abgehauen ja der kommt warte warte er kommt nochmal nein hey geh weg so wir können jetzt hoch die kommen dann hoch hoch einfach nach oben irgendwie hänge ich hier unten fest drück a drück a jetzt bin ich drin runter 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 du musst ein bisschen runter ich sehe nichts zu mir vor allem ach jetzt drehen dann müssen wir drehen nicht eher wo bin ich weiß ich nicht aber schwimmen weiter bis in der falschen richtung wir müssen es rein drehen und dann brauchen wir zur nächsten schraube mit dem ding wo ist die nächste dahinten dahinten das ist irgendwie eine komische anziehung hier mit dem magneten also die ganze zeit vibriert auch mein kontrol das hasse ich am spielen also an solchen spielen wo man diese vibration nicht ausschalten kann das ist voll ätzend da hinten kommt das schon wieder vorsichtig da hinten kommt das schon wieder vorsichtig hast du drauf ja 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 ich bin gerade wieder da so kommen du kannst auch mit x etwas schneller machen ne ja aber ach so ich dachte das geht nicht wenn ich den mit dem magneten dran bin doch 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 das ein bisschen also so hoch hoch Gut, dann dreh ich rein. Okay. Und los, los, los. Puh. Puh. Okay. Jetzt weiß ich, warum wir das nicht selber reparieren wollten. Ja. Wir haben den Roboter repariert. Nein, nein, nein. Also den Bogen. Das ist so gut. Schau mal, Captain. Oh, das ist so gut. Enough to give you two things. Let's find another one. Das meinen die auf jeden Fall nicht. Was sollen wir finden? An neuen. Oh, komm. Gehst du denn nicht hin? Geh mir nicht auf den Sack, geh weg. Also ich gehe jetzt zu diesem... Nee, da muss ich ja nicht hin. Wo ist denn die Bogen? Ach, da oben? Nee. Hm? Ich glaube nicht, dass wir hier hin müssen. Das ist das Problem. Ach, hier sind noch Schrauben? Hä? Da oben ist noch was, wo wir, glaube ich, herkamen. Da ist noch alles ruhig. Hier, das scheint ja zu funktionieren, oder? Ich gehe mal auf die andere Seite wieder. Aber damit ist es doch jetzt... Ja, pass auf. Da oben ist ein Schwertfisch oder sowas, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich denke mal, das ist der nächste Teil, wo wir hin müssen. Zwei sogar, mindestens. Ich bin ja erst mal rein, wieder zu dem. Ja. Ich bin safe. Ja, das sind mehrere. Ja, aber was bringt uns das, wenn wir jetzt hier wieder reingehen? Nee, aber ich dachte, hier... Sie hat doch gerade... Ich habe jetzt leider... Ich achte ja nicht auf die Texte, ich höre das nur. Sie hat doch irgendwas gesagt, lass uns ein anderes finden. Guck mal, hier, das Ding funktioniert doch noch nicht. Ja genau, diese Rohre. Also, sie sucht nach Rohren. Sucht sie nach diesen Rohren? Ach, hier, die roten hier. Okay, da gehe ich mal hinterher. Wo bist du? Diese roten, diese roten leuchten. Da stimmt was nicht. Da müssen wir hin. Das geht hoch, das eine. Ach, die! Aua, die ist draußen hier, ja. Okay. Ein Pirateschip. Ja, da oben. Aber hier unten ist das irgendwie... Warte mal, hier ist... Müssen wir hier wieder ins Wasser? Ja, ich denke mal. Ich bin ja gerade mal drin. Hier ist eine Schleuse, da kann ich jemanden nicht rein. Das geht da hinten. Warte mal, hier können wir doch was machen. Kannst du das hoch machen, die Schleuse? Ja, okay, warte mal, ich gehe mal rein. Ach so, du bist unten drin. Okay, warte. Stopp. Ja, ich bin drin. Ist da noch eins? In welche Richtung bist du jetzt? Da oder? In die andere? Oh, hier ist Lava. Aber der funktioniert nicht. Der ist verkehrt. Ja, du bist dann... Ich sehe dich gar nicht, aber du bist doch... Ich auch jetzt sehe ich dich. Aber du bist nicht zu hinterher. Ach, da hängt was drin in dem Generator. Der Generator ist kaputt. Der hängt oben ein Teil drin, was nicht reingehört. Wahrscheinlich. Du kannst da irgendwas... Ja. Okay, mach mal. Bringt dir das was? Nee, du musst doch... Die andere Seite musst du doch haben, oder? Ja. Da musst du dich doch draufstellen. Und ich muss dich dann zur anderen Seite bringen. Ja, ja, mach mal rum. Warte mal, so komme ich nicht weiter. Moment. Nur ein Stück. Okay, ich bin drauf. Warte, dann muss ich dich dich aber nach links. Die Frage ist, welche Öffnung brauchst du? Stopp, stopp, stopp. Äh, hier ist ein... Da ist ein Schloss. Da kann ich auf... Warte mal, da mach ich mal auf, hier. Kann ich das aufmachen? Nee, kann ich nicht aufmachen. Äh, kannst du das aufmachen? Nee, ich kann es nicht aufmachen. Sie hat jetzt irgendwas gesagt, was passiert, wenn ich das drehe. Achte mal drauf, was drinnen passiert. Ist das jetzt aufgegangen? Nee. Du guckst ja auch gar nicht nach. Nein, es geht nicht auf. Wir müssen... Hier ist eine Tür. Und da kommt das Wasser rein. Probier mal, es umzudrehen. Also doch. Das kann ich hier aber nicht mehr weitermachen. Moment, es umzudrehen? Meinen jetzt von oben nach unten? Nee, das kann aber auch nicht sein, oder? So, ist es jetzt offen? Nee. Also irgendwas machen wir hier nicht richtig. Warte mal, ich geh nochmal da drauf. Kann ich das Ding? Ich kann das aber doch nicht nach unten. Doch, jetzt! Ah, warte, ich kann es doch umdrehen. Aber... Oh, diese Perspektive, ne? Aber ich glaube, die andere sollte muss da rein, oder? Okay, die ist jetzt unten drin, ähm... Aber... Jetzt ist es wieder raus, jetzt machst du es wieder rum. So, ist es jetzt offen? Nö. Hier geht nichts auf, hier. Bist du denn an einer anderen Position oder so? Auch nicht, ne? Ich bin in diesem... Ja, wo eigentlich ein Shot ist, wo man was reinmacht. Aber da oben ist auch noch ein Loch. Ja, da oben... Vielleicht müsstest du da hin, keine Ahnung. Achso! Ja, mach mich mal da hin. Geh nochmal drauf, geh nochmal drauf. Ich mach dich mal... Genau. Ein bisschen höher. Ja, ja, doch, und dann tipp mich mal höher. So gehe ich höher, so. Ja? Genau. Stopp, stopp, höher, höher, höher. Ja, Moment, ich muss erst mal runter. Ja... Warte mal ein bisschen zur Seite. Ja, äh... Stopp, äh, das war zu viel. So? Boah, ich bin besoffen vielleicht. Ja, du guckst immer links-rechts, das ist das Problem. Und dann sehe ich mich, wo du bist. Okay, hier ist ein Knopf. Warte mal, hier ist ein Knopf. Den hab ich angemacht. Okay. Anscheinend geht jetzt... Okay. Er bohrt jetzt irgendwas? Ich glaub, drei brauchen wir insgesamt. Warte mal, ich kann hier durchgehen. Ja, guck mal. Vielleicht kommst du ja wieder draußen aus oder so. Ja. Ich hab einen ziemlich dicken Hintern irgendwie. Ja, ich bin draußen, ja. Okay. Da oben ist aber immer noch was rot hier. Ja, ja, da war doch noch eine andere Pipeline, oder? Bissen du jetzt oben? Warte mal. Da unten kann ich nicht durch. Aber das ist doch die Pipeline, wo wir... Hier, wo ich bin. Und ich glaub, da müssen wir machen. Ne, Moment, da ist wieder ein Laternenfisch. Aber das ist ja noch so rot am Blinken. Das heißt doch, normalerweise, dass das falsch ist, oder? Ja, die sind noch nicht okay. Ja, die sind noch nicht defekt. Das meine ich nicht falsch ist. Ne, das ist noch nicht heile ist. Warte mal. Das geht zu dem... Ach so, ne, da kamen wir eben näher, ne? Und dann sind wir nach oben. Ach, wir hätten einfach durch das Loch schwimmen können. Okay, ich geh mal wieder... Ja, aber das ist ja immer noch nicht in Ordnung anscheinend, ne? So. Das geht hier oben. Ne, das ist aber doch das, was wir gemacht haben hier. Ne, 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 wir müssen noch weiter machen. Hier geht's irgendwo noch hin. Hä? Aber irgendwo fehlt doch hier noch was. So hier. Ich guck mal beim Piratenschiff hier hinten. Oder auch nicht, ich komm mal gar nicht hoch. Hallo. Jetzt. Das ist vielleicht so ein Goodie hier, dass man da mal rein kann. Ich denke mal nicht, dass das irgendwie dazugehört, dass wir hier was machen müssen. Aber... Oh, warte mal, hier oben ist was? Nein, ich schieße. Ich will lieber hier raus. Oh, ich hab lauter... Oh nein, ich will auch. Ich hab eine Piratenkappe hier. Geld, ich will auch. Komm her, hier ist die Piratenkappe. Juhu. Und ne Bordel von Robben. Beim Klabauter, Mann, welch prächtiger Hut. Ich möchte aber gerne auch das Geld mitnehmen. Nein. Boah, ich krieg mit Rehwurm bei dir so fair. Das ist echt... Ja, aber wo müssen wir da jetzt noch hin, ey? Das... Ah, ich bin mir nicht sicher. Aber hier ist eine Schlittschuhbahn. Wir machen einfach mal ein bisschen Blödsinn, solange wir nicht wissen, was wir machen müssen. Oho, oh. Yay. Ja. Ja. Oh nein. Nein, komm nicht her. Komm bloß nicht her. Doch. Doch, Herausforderung. Zumindest haben wir noch mal einige gefunden. Das hat echt lang gedauert, ne? Müssen wir ein Rennen machen, oder was? Grüne Ringe geben dir einen Boost. Passiere die gelben Kontrollpunkte. Ach so, deine sind auch grünen, okay. Um eine Runde zu vollenden. Oh Gott. Ne, bin ich überhaupt nicht. Ja, super. Du hast ja... Du boostest ja nur. Ja, darum geht es ja auch bei dem Spiel hier, oder? Nein, nein, geht es nicht. Es geht darum, zu verlieren. Scheiße, das hätte ich jetzt nutzen sollen. Es geht darum, zu verlieren, ist klar. Ja. Ja, toll. Der Film war übrigens auch gut, beziehungsweise es waren mehrere Film. Ah, jetzt habe ich es verkackt. Was darf das nicht? Du weißt ja noch nicht, was ich hier veranstalte. Oh, ich dachte, die wäre jetzt zu Ende. Oh, nein! Oh je. Oh je. Shit. Oh, fuck! Können wir jetzt aufhören? Ja. Gott sei Dank. Genau. Genau, Schatz, genau. Äh, wie kommen wir denn jetzt hier wieder zurück? Müssen wir denn übers Wasser irgendwie? Ich weiß nicht, ich will mit dir nicht mehr zurückgehen. Ja, das ist mir schon klar. Oha. Äh, okay. Da konnte man nicht hochfahren. Du siehst jetzt das Schiff? Ich sehe das Schiff über... Ach, da hinten. Okay. Ähm. Hier komme ich doch irgendwo ins Wasser rein, ne? Ja, meine ich doch. Nee, das ist gefrorenes Wasser. Da ist Wasser. Juhu! Okay. Da unten ist ein Durchgang. Ach, da bist du, glaube ich, rausgekommen, oder? Keine Ahnung. Ich weiß auch, wie immer irgendwas ist mit dem Generator noch nicht. Sonst wäre er ja nicht rot. Da stimmt aber irgendwas noch nicht. Aber das ist ja doch die einzige Verbindung. Also das ist doch das, was wir schon gemacht haben hier. Aber das leuchtet immer noch so rot. Das ist das Komische. Ich denke mal, der Generator muss noch, äh, das muss noch irgendwie, da muss noch was gemacht werden. Das ist aber auf jeden Fall der rechte Arm, der hier... Ach so. Moment, eins ist grün, eins ist rot, eins ist blau am leuchten. Was haben wir denn gemacht? Das blaue haben wir doch noch nicht, oder? Oder ist das das, wo wir eben... Warte mal. Ja, stimmt. Das rote haben wir gemacht? Doch, das blaue, das blaue haben wir gemacht. Das ist das mit den Schrauben. Das grüne haben wir nicht gemacht, ne? Ich meine auch. Geh mal dem grünen nach. Da ist auch der Schwertfisch. Oha. Die Schwertfische, meinst du? Ich bin gerade irgendwo in so'n... Die aber eigentlich nicht aggressiv sind, deswegen... Ach, hier ist es, okay. Ich hab, äh, ne, 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 ähm, Schloss von der Dings ist hier, von der, ähm, vom Oktopus. Okay, ich bin dran. Oh, oh, sieht irgendwie nicht so einladend aus. Aua, wieso geht die nicht runter? Was macht er denn hier? Aua. Och, komm, ich war schon lange durch. Ich bin tot. Keine Ahnung. Ich kann das doch nicht steuern. Na, ich... Lässt sie nicht steuern, lässt sie nicht beschleunigen. Ja, beschleunigen... Vor allen Dingen, die geht immer kaputt, obwohl die überhaupt nicht an den Dingern ist. Beschleunigen lässt es sich bei mir komischerweise auch nicht. Du kannst halt nur hoch und runter gehen. Das war jetzt gerade nicht hoch. Aber dass ich das nicht beschleunigen lässt, finde ich doof. Hallo, ich will nach oben, Mann. Okay. Äh, okay. Ja, man kommt... Komme ich aus dem Wasser raus? Ich komme aber nicht weiter. Da kommst du raus. Da hinten ist was? Ich hoffe, dass ich da rauskomme. Ja. Hier ist Holz an der Seite. So. Nein! Achso, ich bin rot. Okay, Moment. Nee, du bist nicht rot, du bist blau. Nein, ja, ich meinte damit... Ich kann rot benutzen. Jetzt läuft die wieder alleine. Ach, jetzt bin ich ganz unten wieder. Willst du mich verarschen? Die Frage ist nur, wie kommst du dann? Du musst links und dann hochspringen. Achso, du musst an den letzten haken und du musst dann links auf dieses Sprung-Ding drauf. So. Wie, ich muss auf das... Da... Äh, wo bist du gerade? Ja, denke ich mal, dass du da drauf musst, weil ich kann ja nicht da hoch. Oder kommt... Nee, du kommst dann nur auf die andere Seite. Okay. Und hier können wir auf jeden Fall wieder springen. Also hier oben hangeln, nicht springen. So. Nein, wieso macht ihr das nicht? Da stand doch RB. Nein, 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 nein. Ich bin daneben gefangen. Äh, ja. Aber beim letzten kann ich da nicht greifen. Kann ich denn hier nach oben? Oh, ja, ich kann nach oben, okay. Okay. Boah, ist das ein Mist. Nein, ach Mann, ey. Was macht er denn da? Wo muss ich hin? Muss ich ja durch. Okay. Ähm, ja, oder so. Ja, komm, ey. Muss doch immer ein bisschen hoch und runter, ne? Das weiß ich. Aber wenn man die falschen Tasten andrückt, um diesen scheiß Haken zu holen... Ach, schon wieder hat das nicht genommen, ey. Okay. 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 Let's wind it up. Yep. Äh, wo muss ich jetzt hin? Warte, warte, warte. Dadurch. Du musst ein bisschen tiefer gehen. Ja, ja, ich weiß schon. Aber nicht zu tief. Ich warte dann mal so lange, weil ich weiß gerade auch nicht so richtig, was ich machen soll. Nein, er ist daneben gemacht, ey. Was soll die Scheiße, ehrlich, ey. Aber du kannst ein bisschen steuern, wenn du vorne springst. Nee, konnte ich gerade nicht. Ich hab's ja probiert. Das hat man nämlich einmal den Hintern gerettet. Dann da hinten komme ich wahrscheinlich nicht. Nee, nee, probier das lieber nicht. Sicher? Weil der Dreibrich ist doch auch nicht. Der Dreibrich hat sich auch sterben lassen. Also, das ist ja komplett bis zur anderen Seite. Nein, ich mein, ich mein, zu dem Strahlen wollte ich. In der Zeit wärst du schon fünfmal links rübergekommen. Nein. Doch. Ich weiß nur trotzdem nicht so genau, was wir ja machen sollen. Ach, doch, du kannst was anvisieren. Okay, ich nehme mich nicht. Ich frage es mir, bringt uns das was, wenn das jetzt die ganze dreht? Okay. Das war die Pumpe, die wir bitte, die ich haben, erscheint. Macht er sich dadurch nicht kaputt? Äh. Ach so. Oh. Die springt mal wieder nicht doppelt, aber müssen auch gar nicht dahin, ne? Bin ich jetzt. Okay. Okay, da müssen wir, wie kommen wir jetzt da rein, vorne, oder? Oder kommen wir hier überall rein? Da ist ein, sind so, 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 ja. Ja, ja, überall, okay. Öffnung, würde ich sagen. Feuchte Öffnung. Oh Gott, nein! Ich hätte auch rausgehen sollen. Ich bin jetzt gefangen, mit ihr. Im Leuchtturm. Zum Beispiel mit dir gefangen zu sein. Ich geh dann schon mal, du bist ja noch am Üben da. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt einen Cut machen, aber... Ja, aber ich denke mal, das ist ja der Sinn und Zweck, dass wir den Leuchtturm erstmal anmachen, dann kannst du den Cut danach machen. Nee, 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 ich dachte jetzt, äh, da kommt eine Filmsequenz. Nein, kommt nicht. Boah, ich kann nicht flitzen, nix, das ist doch ätzend. Boah, mir wird gerade schlecht, ey. Ich bin die Filmsequenz. Guck mir hinterher. Ich guck dir auf deinen sexy Hintern. Hä, wieso laufe ich jetzt langsamer als du? Hä? Ich hab das zwischenzeitlich auch gehabt, das war irgendwie seltsam. Boah, mir ist so schlecht gerade. Ja, und jetzt? Hallo. Achso, ja. Es werde Licht. Stimmt, das ist. Das ist eine Filmsequenz. Perfekt. Skilisch. Ich hoffe, es liegt am Topf der Muntäne. Ja, so bin ich. Oh, nice. Ja, hier wir go. Finally, ein Breather. Ja, wir haben es gewonnen. Wir haben sicher. Wir haben nicht auf vacationen, seit Rose zu leben. Really? Hat es so lange? Ja. Oh. Aber warum haben wir zuhörteren, zu gehen? Well, Rose zu leben. Und dann die Bälle sind auf. Ja. Ja, ich glaube. Und dann haben wir das Leak in der Ruf, weißt du? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir die Haus verhörteren, da vielleicht ein paar Geld leften für ein Weekend-Tripp. Ja, du kannst Rose zu Waterland nehmen. Ja, das ist eine großartige Idee. Sie hat uns immer wieder auf den Sommer genommen, um sie dort zu nehmen. Und dann werde ich sie wiederholfen, wenn es meine turn ist. Ja, sie wird wiederholfen. Ja, sie wird wiederholfen. Ja. Ja, das ist ja auch ein bisschen. Ich würde aber trotzdem sagen, da das ja wieder ein neuer Abschnitt zu sein scheint, dass wir jetzt hier nach deinem Leuchtturm mal einen kleinen Cut machen. Oh, ich kann sogar drehen, das ist schön. Mal einen kleinen Cut machen und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.